Untertitelung des ZDF, 2020 Ob es Aluminium, Stein und Eisen, pass gut auf, ich werd's dir gleich beweisen. Hör auf meine Lehre, denn sie ist auch was für dich. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. Der Wimm benutzt, hat gut geputzt, im Handumdrehen wird alles blank, was je verschmutzt. Ich bin bekannt in Stadt und Land und werde Putzfrau Wimm genannt. Für 20 Pfennig komm ich schon und packe alles an. Dafür verlang ich keinen Lohn und stuchte wie ein Mann. Wer Wimm benutzt, hat gut geputzt. Ich kenn mich aus in Küche, Hof und Haus. Fisch und 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 Fisch. Wie die Arbeit blitzt, alles glänzt und blitzt. Was mit Wimm geputzt im Haus, sieht wie neu ganz plötzlich aus. Ein blitzblanker Herd, der ist Goldes wert. Und darauf auch Putzfrau Wimm sehr stolz ist. Sie putzt sogar alles, was aus Holz ist. Wer Wimm benutzt, hat gut geputzt, im Handumdrehen wird alles glänzt. Ich bin bekannt in Stadt und Land und werde Putzfrau Wimm genannt. Für 20 Pfennig komm ich schon und packe alles an. Dafür verlang ich keinen Lohn und stuchte wie ein Mann. Wer Wimm benutzt, hat gut geputzt, ich kenn mich aus in Küche, Hof und Haus.